Hallo zusammen, hier ist Emily. Heute geht es mal wieder in die Sternspielhalle und dann in Floras Abenteuer. Und dann geht es hier in die Stufe 4. Da gibt es jetzt 14 Kisten zu erobern. So, und wir müssen mit 14 Würfeln auskommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt rumkommen. Also hier ist das Ziel. Das Ding müssen wir erledigen. So, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also wir müssen die Bombe einsammeln und da platzieren. Und da wird sie gezündet. Mal eben gucken. Also in diese Richtung geht es. Dann können wir da das Ding einsammeln. Dann gehen wir hier lang. Dann würde ich sagen, da mal schauen, ob das so klappt. Wie komme ich denn da wieder zurück? Geht das so? Weiß ich gar nicht. Hm. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich muss ja hier runter, um da wieder hinzukommen. Da darf ich mir den Weg nicht verbauen. Sonst wird es schlecht. Äh, obwohl, warte mal, wir können den vielleicht auch höher setzen. Gucken wir mal. Können wir ja auch andersrum machen, glaube ich, oder? Mal schauen. Gehen wir mal erst mal da lang. Und dann gehen wir hier lang, damit wir da die Dinge platzieren können. Hm. Äh. Denke ich. Oder? Weiß ich nicht. Irgendwie. Ja, ich muss ja hier wieder zurück und dann da lang, damit wir da lang kommen. Hm. Ei, ei, ei. Äh. Äh. Hier runter. Dann da lang. Ja, doch. Müsste klappen. Dann hier hoch und da lang. Äh. So. Ja, doch. Ja, ja, doch. Okay. Gehen wir hier um die Ecke und hier geradeaus. Genau, das sollte klappen, denke ich mal. So. Also hier lang, die Bombe einsammeln. Dann geht's da hoch. Dann da lang. Hier ablegen. Dann hier wieder runter. Da zünden. Und dann geht es hier. Ja, sollte gehen. Okay. Gar nicht so einfach. Muss ja auch aufpassen, dass ich meine Pfeile so setze, dass ich nicht mir die Wege selber verbaue. So, Bombe platzieren. Jetzt wird das Ding gezündet. Zack. Damit ist das blaue Ding hinweg, was hier vorne gesessen hat. Jetzt gibt's wieder Herzen für den Shop zum Ausgeben. Hier gibt's Diamanten. Und dann haben wir unseren Pokal erreicht. Hier die 14 Kisten. Dann 500 Diamanten, 200 Herzen und ein Stern. Tada. Geschafft. Schön, schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.